Hast du dir damals diese 17-jährige TikTokerin angeschaut, die schwanger wurde? Ich hab mir, glaub ich, nicht das Video angeschaut. Oder hab ich mir... Doch, hab ich mir das Video angeschaut? Sie hat jetzt das Kind... Alter, die hat jetzt das Kind? LOL! Wie schnell das einfach geht. Also neun Monate, das geht echt schnell rum, ne? Das merkt man einfach immer wieder. Ja, aber das kenn ich... Ja doch, das Video hab ich mir angeschaut. Die hat das auch bekommen. Ja, ist auch gut so. Ich bin jetzt auch kein großer Fan davon, von Abtreibungen. Deswegen find ich das gut. Ähm, wie heißt die? Wie heißt denn die? Wisst ihr das, wie die heißt? Alter, wie krank eigentlich. Wie viele Leute kümmern sich bitte um sie? Alter, wie erfolgreich ist die auf TikTok, dass so viele Leute auf das Video klicken? Ach, lol! Ja, ich erinnere mich an die. Okay, okay. Okay, okay. Geburtsbericht, natürliche Geburt. Hey Leute, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir hier auf meinem Kanal. Mein letztes Video ist jetzt... Alter, die hat eine gute Tonqualle. ...und das ist das Schwangerschafts-Q&A. Jetzt mittlerweile ist mein Kind auch schon da. Ich glaube, die machen wir da. Wie bei einem Vortrag. Ja, hallo, ich möchte jetzt sagen, dass ich nicht Alpha-Cannins, sondern Oliver heiße. Erstmal gucken, was als nächstes kommt. Ja, und jetzt bin ich... Ja, jetzt bin ich öffentlich hier und jeder kennt mich mittlerweile durchs Internet. So, was wollte ich dir als nächstes sagen. Ja, so ungefähr, so fühlt sich das gerade komplett an. Jetzt auch diesen Geburtsbericht hier. Es hat sehr, sehr viele von euch interessiert, wie die Geburt bei mir abgelaufen ist und ob sie für mich schmerzhaft war und so weiter. Und deswegen werde ich euch heute darüber etwas erzählen. Ich probiere alles so zu erklären, damit es auch für euch verständlich ist. Da beim letzten Video nämlich sehr viele Missverständnisse aufgetreten sind. Also ich habe ein paar Sachen etwas falsch formuliert und dann wurde es natürlich auch falsch aufgegriffen. Übrigens möchte ich jetzt auch probieren, aktiver mit YouTube zu werden. Also falls ihr irgendwie Video-Vorschläge habt, ist wirklich egal was, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich möchte noch vorab gesagt haben, dass es natürlich meine Erfahrungen sind, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und dass es Schmerzempfinden ja auch bei jedem anders ist. Ich habe mir übrigens hier auch noch ein paar... Die Katz ist wirklich krank, alter. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal... Okay, 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 1,2 Millionen, what the fuck, alter. 1,2 Millionen Follower, okay, gut. Es ging los, als ich in der Nacht aufgewacht bin, da ich Fruchtwasser verloren habe. Das war am 22. August, kurz vor 3. Genau, als ich das dann gemerkt habe, bin ich dann zu meiner Mutter gegangen. Dann ungefähr eine Viertelstunde später, glaube ich, sind wir ins Krankenhaus gefahren. Davor habe ich natürlich noch meine Sachen mitgenommen, also meine Kliniktasche, die ich vorher schon vorbereitet hatte. Als wir dann im Krankenhaus angekommen sind, hatte ich dann auch schon Wehen, aber nur leichte Wehen und auch in größeren Abständen. Kurze Zeit später wurde ich von einer Hebamme untersucht, wie weit sich mein Muttermund geöffnet hat. Genau, mein Muttermund war da nur 1-2 Zentimeter weit offen. Genau, und dann wurde ich am CTG angeschlossen und da wurden dann die Herztöne der Kleinen nochmal überprüft und die Wehen wurden dort aufgezeichnet. Das Ganze hat sich dann wirklich bis in die Früh weit rausgezogen. In der Zwischenzeit ist nichts Spannendes passiert. Ich habe mich einfach nur ausgeruht und habe geschlafen. Dann früh zum Schichtwechsel kam dann auch nochmal eine andere Hebamme. Die hat mich dann nochmal untersucht, wie weit mein Muttermund sich jetzt geöffnet hat. Da war er dann mittlerweile um die 3 Zentimeter. Um ca. 10.30 Uhr musste mein Vater dann ins Krankenhaus fahren, um ein paar Zettel zu unterschreiben, wie Kaiserschnitt oder für Schmerzmittel, also wie zum Beispiel PDA oder für die Einleitung oder sonstiges. Genau, der musste das einfach unterschreiben, falls was davon nötig ist. Da ich ja noch minderjährig bin, konnte ich es nicht selbst unterschreiben. Und übrigens, wenn ihr dieses Video seht, dann ging es ein Tag später, also am Sonntag dann auch schon 18, also nicht mehr minderjährig. Um ca. 12 Uhr habe ich dann Buscopan bekommen. Das sind so Schmelztabletten, die wirken krampflösend und davon habe ich dann drei Stück bekommen. In der Zeit hat sich übrigens nicht viel getan, also mein Muttermund war immer noch bis zu 3 Zentimeter offen. Genau, dann sind wir noch eine halbe Stunde ungefähr im Krankenhaus rumgelaufen, weil es heißt ja, dass wenn man Wehen auslösen möchte oder so, dass man dann irgendwie rumlaufen soll und so. Und das haben wir dann auch gemacht, um zu schauen, ob sich was tut. Die Wehen sind dann auch übrigens stärker geworden. Ich bin dann auch in die Badewanne gegangen, einfach zu schauen, ob es ein bisschen angenehmer für mich ist. Das war dann so um ca. 13 Uhr. Ich war wirklich nicht lange in der Badewanne. Ist das eigentlich, also meine Frage an Helena, du kennst dich doch vielleicht auch damit aus, irgendwas mit Schminken zu tun hat. Ist das so, dass sie hat ihr Gesicht geschminkt, dann schminkt man sich noch so am Hals. Hat sie sich bis hier runter geschminkt, um hier einen Übergang zu bekommen oder ist sie hier einfach nur nicht braun? Weil das, das sieht sehr, also sehr komisch irgendwie aus. Wisst ihr das? Hat da jemand eine Ahnung? Da hat das CTG dann auch schon angezeigt, dass die Herzchenne dann abgefallen sind, weswegen ich dann aus der Badewanne raus musste. Zunächst sind wir dann in den Kreißsaal gegangen und ich habe mich dann dort hingelegt. Und es hat auch sehr viele interessiert, ob ich die PDA bekommen habe. Und ja, ich habe sie bekommen. Das war so gegen 14.30 Uhr, da die Wehen immer stärker geworden sind und ich es in dem Moment von den Schmerzen her nicht mehr ausgehalten habe. Die PDA war übrigens, also die PDA zu bekommen war übrigens nicht mehr schmerzhaft für mich. Ich kenne nur PDA, Leute. Also man hat es gemerkt, ja, aber es hat nicht weh getan, sondern es war eher unangenehm. Das Ganze wurde dann übrigens von den Schmerzen her besser und ich konnte mich dann zum Glück auch nochmal ausruhen. Das habe ich echt gebraucht. Ich habe ungefähr dann eine Stunde lang geschlafen und als ich dann wach wurde, habe ich... Das ist so eine richtige... Alter, ihr kennt ja diese Compilations. Du darfst nirgends wo hingucken, was auch nur ansatzweise die Titel betrifft. Das ist echt eine ganz schwierige Compilation. Ich glaube für uns alle, oder? Eyetracker-Compilation, genau. Warum zieht man sich sowas an? Ich verstehe das nicht. Ich habe dann übrigens auch immer zwischendurch was gegessen oder getrunken. Das Ganze hat sich dann bis zum Abend rausgesögert. Ich gucke jetzt weg. Das ist nicht gesund. Um 19 Uhr wurde ich dann nochmal untersucht und da war mein Muttermund tatsächlich schon. etwas weiter offen, so um die sechs bis sieben Zentimeter. Eine Stunde später um 20 Uhr sind dann die Wehen auch wieder stärker geworden, aber mein Muttermund war trotzdem noch bei sechs bis sieben Zentimeter ungefähr. Um 21 Uhr haben wir dann auch Entspannungsmusik angemacht. Zwei Stunden später um 23 Uhr habe ich dann noch einen Schmerztropf und einen Wehentropf bekommen und da war mein Muttermund schon um die acht Zentimeter weit offen. Ich durfte dann auch übrigens schon mitpressen immer wieder, wenn die Wehen kamen. Aber das Problem war halt einfach, also die Wehen kamen in einem kürzeren Abstand und die wurden auch immer stärker. Aber die Wehen hielten halt zu kurz an. Genau und deswegen sind wir halt nicht vorankommen und die Kleine ist halt auch immer wieder ein Stück zurückgerutscht. Und dadurch, dass wir halt nicht vorankamen, hatten die Ärzte dann auch schon nach einer Zeit besprochen, ob ein Keiseschnitt gemacht werden soll. Aber die Hebarme wollte noch... Ich schaue die ganze Zeit auf das Teddybär im Hintergrund. Uff, ui, feini, mashallah, feini, feini. Schwierig, Mann. Ganz schwierig. Bis 0 und 0 warten und das haben wir dann auch gemacht. Bis um 0 und 0 habe ich dann trotzdem jedes Mal, wenn die Wehen kamen, mitgepresst und habe alles gegeben. Aber es hat sich nichts getan. Aber dann als das 0 und 0 war, war es dann soweit. Also mein Muttermund war bis zu 10 cm weit offen. Genau und dann ging es los. Am 23.08. um 0.51 Uhr, also fast eine Stunde später, kam sie dann zur Welt. Ich habe sie dann direkt auf die Brust bekommen. Die Nabelschnur wurde auch... Ja Helena, schreib einfach rein. Genau und wir hatten erstmal ein paar Minuten. Nachher wurde natürlich bei der Kleinen geschaut, ob alles okay ist. Sie wurde gemessen, gewogen. Sie hat übrigens 3530 Gramm gewogen und war 55 cm groß. Dann wurde sie natürlich noch angezogen. 55 ist ganz schön groß. Und zum Glück ist alles okay. Also sie ist gesund. Also es ist in Ordnung. Als wir dann zurück zu meinem Zimmer gegangen sind, habe ich sie dann noch gestillt und jetzt sind zusammen eingeschlafen. Das war's. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, es war alles verständlich. Falls ihr Fragen habt, dann stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Übrigens habe ich keine Verletzungen durch die Geburt bekommen, nur Schrammen. Aber ich bin jetzt nicht gerissen oder so. Genau Leute, das war's mit meinem YouTube-Video. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und schaut gerne bei meinen sozialen Medien vorbei. Steht alles in der Infobox. Sozialen Medien. Genau, ich hoffe, ich habe euch alle ganz so lieb. Tschüss. Mama merkt so richtig, dass sie wahrscheinlich negative Erfahrungen hatte im falschen Ausdrücken. Sie hat bestimmt Hate bekommen durch irgendein Video. Ja hier, 75% Likes. Da hat sie bestimmt halt den Hate bekommen. Und jetzt wollte sie das natürlich ganz ordentlich machen, dass man sie nicht hatet. Oder dass man irgendwas nicht falsch versteht. Ich kann das schon verstehen, dass sie da so ein Video deswegen macht. Auch mit den Cuts. Sie ist halt keine YouTuberin. Das merkt man halt wirklich. 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 Bis zum nächsten Mal.